Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mampfen und Bewerten heute mit einem leckeren Subway Sandwich und zwar das Tuna Sub. Der Proband hat sich ein Footlong bestellt und dieses wird jetzt erstmal gewogen, natürlich mit der Abzuge des Körbchens. Wir kommen auf 599 Gramm. Meine Güte, das ist doch mal ein Klopper, weil nämlich die Serviergröße sollte eigentlich bei 226 Gramm liegen. Das heißt also vielen, vielen Dank, liebe Subway-Angestellten, dass sie mir ein bisschen mehr drauf gegeben hat. Das hat mich sehr gefreut, denn ich mag große Portionen. Was sagt Subway dazu? Hineinbeißen und die Frische schmecken. Tauche ein in die Wellen dieses einzigartigen Geschmacks. Oh ja, es ist ein Traum, sage ich euch, dieses leckere Tuna Sub essen zu dürfen. Es ist eine göttliche Fügung. Es schmeckt nur lecker. Wenn ihr ein komplettes Sub euch reinschaufeln würdet, kommen gerade mal 700 Kilokalorien zusammen für ein Footlong, das heißt 30 Zentimeter langes Sub-Sandwich. Natürlich in dem Fall sollte es Weißbrot sein, Salat, Tomaten, Zwiebeln, grüne Paprika und Gurken ohne Käse und ohne Soße. Das heißt also in dem Fall kommen wir natürlich ein bisschen höher. Also wären wir dann höchstwahrscheinlich, ich schätze jetzt, bei 800 Kilokalorien. Aber das ist auch noch zu verkraften. Meine Güte, es gibt Burger, die über 1000 sind. Mein Gott. Kilojoule mäßig wären das dann 3000 Kilojoule. Man hat eine Fettaufnahme von nur 24 Gramm dabei. Gesättigte Fettfolgen wären dann 4,4 Gramm. Kohlenhydrate wären 80 Gramm, davon nur 12, nee, 13,2 Gramm. Zucker, Ballaststoffe liegen bei 6,6 Gramm. Eiweiß sind dann ungefähr 30 Gramm, 35 Gramm. Salz liegen dann bei ungefähr 3 Gramm. Das heißt also, wir haben hier ein gar nicht so ungesundes, leckeres Footlong Sub. Und der Geschmack, diese leckere Tuna-Creme ist wirklich eine Geschmacksreise wert. Ihr könnt euch draufpacken, was ihr wollt. Also salatmäßig gibt es jetzt sogar leckere Reihen, die zusätzlich noch auswählbar sind. Die kosten aber trotzdem kein Extra. Das heißt also, wir haben dort diverse Salat-Kreationen, die ihr draufpacken könnt. Und dass die Soßen euch dann auch noch zusagen, da findet ihr auch etwas. Also ein sehr leckeres Tuna-Sub. Und ich bewerte dieses supergeile Tuna-Sub mit 9 von 10 Punkten. Es ist einfach nur lecker. Und wie ihr hier seht, wir haben erst die Halbzeit. Es ist Thunfish Deluxe. Dazu ein leckeres, ich meine, es ist Honey Oat Brot gewesen. Und ich mache immer all in, außer Oliven und Jalapenos. Die Jalapenos, finde ich, machen dann immer zu viel Schärfe rein. Und dann kann ich nicht den Rest so gut schmecken. Außerdem bin ich ein weicher in Sachen Schärfe. Und die Oliven sind auch zu dominant, wenn man sie auf seinem Sub hat. Aber wer das natürlich mag, der kann das natürlich nehmen. Und wenn ihr jetzt nicht davon 5 Stück am Tag verspeisen werdet, sondern nur 1 oder 2, dann sollte das auch verkraftbar sein mit eurem Diätplan. Und was Beste ist, freitags ist Sub des Tagestags. Das heißt, dort könnt ihr sogar ein bisschen Geld sparen bei dem leckeren Tuna-Sub-Sandwich. Ihr könnt also wählen, was ihr wollt an Brot, was ihr wollt an Salaten. Was immer fest ist, ist die Tuna-Creme in der Mitte. Ihr könnt sogar aus verschiedenen Käsesorten wählen. Frischkäse nehme ich immer nur so zur Info. Und was ich gerne esse, ist der Sweet Onion Soße. Das sieht zwar ein bisschen aus wie Kauquappen, aber es schmeckt wirklich lecker. Ihr könnt natürlich daraus auch was ganz anderes Geschmack dieses bauen. Wenn ihr zum Beispiel eine scharfe Soße drauf macht, dann schmeckt es sehr scharf. Aber das Ding ist einfach nur lecker, lecker, lecker. Ein klein, klein bisschen nehme ich halt weg. Das ist der eine Punkt, weil es könnte ein bisschen mehr vom Tuna selber drauf sein, weil ich finde, durch die anderen Komponenten ist der Tuna ein bisschen im Hintergrund. Das heißt also, da vielleicht noch eine Kelle mehr drauf und dann wäre es ein 10er-Sub gewesen. Aber sonst ist dieses Tuna-Sub kalorienmäßig vollkommen in Ordnung. Wenn man sich ja die Regel hält und keine Soße und keinen Käse macht und keine Süßchen und so ein Zeugs, dann ist das sogar ein sehr, 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 sehr diätmäßiges Esschen. Aber ansonsten schmeckt es geschmacklich, kann es absolut überzeugen und deshalb schieben wir uns noch ein bisschen den Salat rein. Oh yeah. Und was jetzt auch noch neu ist, das war die Karotten und Mais. Ich finde, Mais macht so ein bisschen mehr den Bio-Touch. Und Spinat ist auch noch da. Spinat gab es auch noch. Also ich habe alles drauf gemacht, was geht. Und ich muss sagen, das macht das Tuna-Sub noch ein bisschen mehr so in die Bio-Ecke. Also ihr schmeckt dann so ein bisschen mehr Natur raus. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. So und so. Lecker.